Ich sollte das Schleusentrauben lassen. Tja, ich muss das Wasser rauslassen. Dann lassen wir das Wasser raus. Wenn ich das dann... Aha, warum dreht sich das jetzt? Sagen wir mal. Okay. Damit habe ich jetzt eine Chance, da durchzukommen. Wenn ich es dann richtig abpasse. Äh. Ich bin bestimmt auch sofort tot. Jetzt soll ich nach oben. Tja, wie denn sonst. Da habe ich auch nochmal was. Hey, Vicky, hey. Hey, hey, Vicky. Ja? Ja. Nee. Hier? Hier? Ich habe das Gefühl, ich muss das Wasser wieder reinlassen. Ich habe das Gefühl, ich muss das Wasser re id rog. Ich habe das Wasser re Schleusen da wieder anmachen. Na ja. Hauptsache kommt er erstmal durch. Gut, dann komme ich jetzt irgendwo raus. Hier, ne? Gut. Und jetzt alles verbinden. Ja, ja. Alles miteinander vermindern. Zum Beispiel das mit dem da. Also das Ding dreht sich da und das kann ich da unten wieder verbinden. Weil die beiden jetzt verbunden sind. So. Und das war doch das Teil. Also muss ich wieder das Wasser rauslassen. Und das Ding dreht sich ja mit dem Ding da oben. Und jetzt müssen wir hier wieder das mit dem, damit sich das da oben dreht. Weil dann dreht sich ja auch das andere. Tja, dann muss ich das Wasser wieder reinlassen. Was passiert, wenn ich das jetzt wieder kappe? Ja, ich lasse es mal weiter. Also ich muss es ja kappen. Weil Wasser wieder reinlassen, geht ja nur, wenn ich hier wieder drauf schieße. Ja, das ist doof. Das habe ich jetzt doof abgepasst. Weil jetzt ist immer noch zu. Aber da kann ich da oben, kann ich nicht da oben drüber? Doch, ich kann doch da oben drüber. Aber ich komme jetzt nicht wieder zurück. Vielleicht muss ich ja nicht wieder zurück. Weil wenn das Wasser jetzt raus wäre, käme ich nicht wieder zurück. So, aber die hatte ich verbunden und damit hat sich hier was getan. Jetzt muss ich irgendwie das Ding hier auch noch, damit dann noch, noch mehr Wasser reinkommt, oder? Ich brauche noch mehr Wasser. Dreht sich das Ding noch? Das ist doch das Teil, was da unten dreht, diese Messer dreht, oder? Denke ich mal. Und das müsste es jetzt doch auch dann, wenn ich jetzt hier das Wasser rauslasse. Ich müsste dann erstmal die Schleuse hinten aufgehen. Und dann kann ich die ja hier wieder auch aufmachen. Ah ne, jetzt muss ich erstmal... Warte mal. Das ist das Drehteil. Jetzt habe ich glaube ich nicht die richtigen Drehteile miteinander verbunden. Ich möchte jetzt mit der Schleuf�r, von der Schleuf und der Schleuf bereits ver divers skateboarden, denn das chestnet in der Schleuf aktualität euch positioniert wird. er ist sofort tot, sofort tot, das hat so komischen, das ist ein ausfallschritt gemacht, ja in welchem status bin ich jetzt, das ding dreht sich und das ding will ich mit dem dann benutzen, das müsste ich jetzt hier unten auch noch verbinden und wenn ich das will muss ich dazu erst mal das wasser rauslassen und zum drehen kann ich das denn hier benutzen und das dreht das eier da hinten, jetzt müsste eigentlich das wasser reinkommen komisch na guck mal, da kommt man doch nämlich auch hoch ja, da ist jetzt alles trocken ah, das ding kann ich nicht ziehen ich hatte doch den hier mit dem da hinten verbunden und das ist irgendwie gerissen kann ich hier nochmal verbinden was spricht denn dagegen es fällt ab was war das hier nochmal, was denn das war komisch das ding dreht sich ja sowieso nicht ich fällt das auch ab, wenn ich das hier mit verbinde ne das bleibt ich kann ja, ich kann ja jetzt den hier der sich immer noch dreht mit dem verbinden das machen wir auch nicht jetzt ist aber sogar das seil hiervon weggenommen das macht doch keinen sinn vielleicht muss ich erst das hier verbinden das mag er nicht aber das seil das sah dass das das was hat das eine mit dem anderen zu tun warum sollte die verbindung da weg gehen Ich habe gar keine Lust. Hä? Gib mir mal einen Tipp, Lara. Der Tipp heißt... Ich weiß nicht. Lass Wasser rein? Das hat ja alles keinen Sinn. Da hinten könnte ein Wop. Ist weg. Schnell kann ich gar nicht schießen. Hä? Also eigentlich, wenn das eine Schleusentorf offen ist, dann muss das Wasser schon ein bisschen steigen. Äh, irgendwie nicht so toll programmiert. Er macht Condition, ist die Condition und die Condition, dann macht diesen Wasser stand. Und dass diese Condition da äh, äh, eigentlich in der Realität auch das Wasser, oder ich habe es nicht begriffen. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Halten wir uns jetzt nicht lang dran auf. Ob das nun logisch ist, oder nicht. Wir haben rumprobiert. Wir haben rumprobiert. Und irgendwie hat es dann doch was gebracht. Denn hier geht es jetzt weiter. Voll. Zu Fuß. Zu Fuß. So. Ein Relikt. Ah, ne. Da passt der Schlüssel. Ist das dieses Versteck? Oh, die weiß, dass der Schlüssel passt, bevor sie den Schlüssel reingesteckt hat. Es ist doch wieder dieses Code-Teil. Scheinbar haben sie es nicht angenommen, hä? Einfach den Tor. Das ist der Ankommener von den ganzen Schlüssel. Das ist so. Hammer. Was immer das Geheimnis des Verschlüsselungsgrafes ist, das liegt sicher nicht um den aktuellen Konzept. Das ist älter und viel persönlicher. Ich habe etwas Glück, hier werde ich dir auch noch einen Tag. So, nun soll ich ein Tor im alten Dorf finden. Ach, das ist das alte Dorf. Oh, wie kommt man da nochmal rein? Ach, nur nichts Falsches drücken. Muss ich hier irgendwie rein? Das ist dann glaube ich hier lang, das alte Dorf. Aber ich habe dieses Abseilgerät noch nicht. Ich habe noch keine Dietriche. Puh. Wann soll das kommen? Welchen Prozent habe ich jetzt gespielt? 76? Du kriegst die ganzen Geheimnisse nicht, weil die das Abseilgerät wählt. Oder die Dietriche. Wir hätten da ein Dingschen getan. Ein Fell, ein Fell. So, wo soll ich lang? Da soll ich lang. Tja, dann gehe ich doch da lang. Ach, da musste ich mich wieder in das eine Haus muggeln hier. Dann rüber. Ich glaube hier. Döp, 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 döp. Und dann da. Und äh. Hinten soll ich durch. Ich weiß doch nicht hier lang. Da musste ich doch in das eine Haus rein. Quatsch. Und da bin ich doch gekommen. Da bin ich ja total falsch. Ja und eigentlich muss ich hier auch. Dafür musste ich glaube ich hier rüber. Dafür musste ich in das Haus. Was? Vielleicht kann ich hier den... Hm. Wie waren das noch gleich? Da komme ich doch hoch. Genau. Dann kann ich von hier darüber schießen. Wo war es denn? Ach da. So. Ja. 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 ach guck mal wo kommt denn das auf dem Meer ja klar wo kommt denn das auf dem Meer das war doch vorher da auch noch nicht da bin ich doch schon lang es ist sehr gut versteckt und eigentlich noch gar nicht da passt überhaupt nicht zu der schlechten karte und den orientierungsmöglichkeiten ich bin hier irgendwo bin ich da nicht eigentlich auch schon mal lang kommt mir bekannt vor echt naja die wand haben sie wahrscheinlich mehrmals benutzt absprung und wand ist ja auch eigentlich immer dasselbe oder und da muss ich durch wahrscheinlich und dazu muss ich die kanone abfeuern ich würde noch gucken ob hier irgendwie noch was Nettes gibt was ist denn da hinten das leuchtet denn da auch das ist schon voll ich habe meine Antwort auf die Schilderung und was rausgesucht aber dann ist die Schilderung Sie können die Ressourcen zur Verbiegung stellen, die wir brauchen, um Verbiegung zu erhalten. Sie können die Ressourcen zur Verbiegung stellen, die wir brauchen, um Verbiegung zu erhalten. Also schiebe ich meine Ängste bei Seite und bin bereit, sogar mein Leben zu unterhalten.